Russische Fußballer haben ja schon zur Weltmeisterschaft im Sommer so manchen überrascht und das durchaus positiv. Was aber hier dieser Tage in Kazan in der russischen Studentenliga geschieht, ist sensationell. Ein Salto rückwärts beim Elfmeter. Und das nicht etwa bei einem Spielstand, bei dem das Match bereits entschieden gewesen wäre. Die Partie stand gerade einmal 1 zu 0 für die Gastgeber. Der Treffer war also durchaus ein wichtiges Tor. Gespielt war hier eine knappe Stunde und die Freude beim Torschützen und bei seinem Team hinterher natürlich groß.